Wenn es leer ist, musst du nach vorne, gell? Wie nach vorne? Vorne, wie? Nach vorne? Wenn es leer ist, musst du auch nach vorne. Ich mag es. Warte auf. Wie ist es? Voll? Ja, ich weiß es nicht. Das war nicht so voll. Es geht richtig. Ja. Es denke schon man sto bench. Ja. Vielen Dank. 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 Karlshold Spielstand nach dem ersten Viertel, 14 zu 16 für unsere Gäste aus Licht. Spannende Musik All of our faces, you really won't like for me. Ich bin der Nachfanny, weil es eine eigene Farbe ist. Und hier ist eine фотelschrift, du bist alles klar. Ich bin klar. Ich kann die Leitung aus auf dem Winkel. Ich bin ja aber nicht gleich. Ich bin ja auch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Baby, baby, she's in the role of me I'm not alone I'll call you, don't come to me I'm not alone 1, 2, 3, Marcus Smallwood! K fertig WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Zwei Punkte, Markus Gronwold. Zwei Punkte, Markus Gronwold. Foul Nummer 11, Kuhn, erstes Persönliches, erstes Team Foul bis Baskets. Zwei Punkte, Markus Gronwold. 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 Zwei Punkte. Zwei Punkte, Markus Gronwold. 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 Zeig. Zwei Punkte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 2 Punkte Alexander Kuhn. 2 Punkte Alexander Kuhn. 3 Punkte Alexander Kuhn. 1 Punkte Alexander Kuhn. 2 Punkte Alexander Kuhn. 3 Punkte Alexander Kuhn. 3 Punkte Alexander Kuhn. 3 Punkte Alexander Kuhn. 4 Punkte Alexander Kuhn. 3 Punkte Alexander Kuhn. 4 Punkte Alexander Kuhn. 4 Punkte Alexander Kuhn. 4 Punkte Alexander Kuhn. Peace, Moskets! Foul Nummer 9, Kühlheim, erstes persönliches, drittes Teamfoul, mich. Foul Nummer 9, Kühlheim, erstes 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 Teamfoul, mich. Zwei Punkte, Tobi Stoll. Foul Nummer 9, Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Zwei Punkte, Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich, erstes Teamfoul, mich. Foul Nummer 15, Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Zwei Punkte, Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Kühlheim, erstes Teamfoul, mich. Applaus 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 Zwei Punkte, Kevin Lohjäger, Hauszeiten für Tickets aus Lichten. Applaus 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 Musik Auf geht's, bis das jetzt, auf geht's, durch Wöln! Musik 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 Applaus 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 2-1, 2 Punkte, Bill Lee McShepard! Foul Nr. 15, Goyeje, zweites Persönliches, das nennt es Team Foul bis Basel. Foul Nr. 15, Goyeje, zweites Versailles, das nennt es Team Foul Nr. 15, Goyeje, zweites Versailles, das nennt es Team Foul. Oh, alle haben das hier gegenspielen. Wiener! 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 Wiener Die Schuss! Die Schuss! Die Schuss! Foul Nummer 11, Herrig. Zweites Persönliches, zweites Dietfoul nicht. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15. 1, 2, 1, 2, 1. Von Downtown für drei, Billy Beck Shepard zum Ausgleich. Paul Nr. 11, Herwig, drittes Persönliches, drittes Team Paul, Lich. Foul Nummer 18, Borkambi, erstes Persönliches, viertes Team Foul, Lich. Foul Nummer 18, Borkambi, erstes Team Foul, Lich. Foul Nummer 3, Jones, erstes Persönliches, fünftes Team Foul, Lich. Foul Nummer 18, Borkambi, erstes Team Foul Nummer 18, Borkambi, erstes Team Foul, Lich. Foul Nummer 18, Borkambi, erstes Team Foul. Lich ressostic ist, der Spieler, der Spieler, der Spieler, die Spieler, die Spieler. Schlafen! Einen 12-Punkte-Rückstand gedreht. Spielstand vor dem Eskippel, 59 zu 56. Für die Bissbasket, riesen Applaus! 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 Applaus Applaus 1, 2, 3 Bennie Kaufmann Applaus 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 Ball Nummer 3, Jones, zweites Persönliches, erstes Team Vollig Zwei Punkte, Kevin Louis-Jeriel. Auszeitlich 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 Applaus Applaus Was für ein Pass von Tobias, Tobi Stoll, abgeschlossene zwei Punkten von Marcus Smallwood. Double-Digit Leads für die Missbusters. Und sieben zwei Punkte, Marcus Smallwood. Foul Nummer 9, Kühlhahn, zweites Persönliches, verhältes TV-Licht, Polus, Freie, Missbusters. Applaus Eine gegen die Gewinnzeit. Und drei hinterher, Marcus Smallwood. 16 Punkte für die Missbusters. Foul Nummer 14, Torber, drittes Persönliches, erstes Teamfoul bis Baskets, zwei Freibürfel, Lüch. Auf der ganzen Welt. Applaus Applaus 2 von 2 für Theo Chao. 1 von 2 für Theo Chao. 2 von 2 für Theo Chao. 2 von 2 für Theo Chao. 2 von 2 für Theo Chao. 1 von 2 für Theo Chao. 2 von 3 für Theo Chao. 2 von 3 für Theo Chao. 3 von 3 für Theo Chao. 2 von 3 für Theo Chao. Zwei Punkte, Theo Tauber. Unsportliches Foul Nummer zwei, Smallwood. Viertes Persönliches, der viertes Team Vollwies war es jetzt. Zwei Punkte, Zwei Punkte. Zwei Punkte, Zwei Punkte, Zwei Punkte. Zwei Punkte, Zwei Punkte, Zwei Punkte. Zwei Punkte, Zwei Punkte, Zwei Punkte. V-Normale neu, Kühlhahn. Drittes Persönliches, Fünftes Team Vollwies. Zwei Freibürfe bis Baskets. Zwei Punkte, Zwei Punkte. Zwei Punkte, Zwei Punkte. Foul Nummer 14, Tauber, viertes Persönliches, viertes Team Foulings Basketball. Applaus 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 Foul Nummer 18, Borekambi, zweites Persönliches. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 2 Punkte Alexander Kuhn Fünftes Team Foul Fünftes Team Foul Fünftes Team Foul Spannende Musik Applaus 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 Vor zehn, zwei Punkte, Alexander Kohn, Frau Nummer sieben, per zweites Persönliches. Applaus 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 Ein Schäppert! Unsportlich! Voll Nummer 18, Borekambi, drittes Persönisches. Ich weiß nicht, ob er seinen ersten Korb macht. Nein, da habe ich schon mal ein Testspiel, bloß die erste U.M., wo er ihn da spielt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er ihn da spielt. Ich weiß nicht, ob er ihn da spielt. Ich weiß nicht, ob er ihn da spielt.